Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich meine schon. Gerade eine kürzere, längere Pause gemacht. Was gegessen und weiter geht's. Jetzt gefällt es mir sehr gut. Wir laufen nur bis jetzt, wird sehr viel erzielt. Ich bin gespannt, aber jetzt laufen wir ja auch erstmal rum. Oh, das ist nicht gut. Jetzt laufen wir wirklich mal rum. Okay, das ist kaputt. Ich muss da vielleicht gleich irgendwas für finden oder Rocket sein, dass es reparieren oder so. Genau, erstmal Mucke. Das müssen wir als erstes reparieren, ganz klar. Es ist Priorität eins. Wir quatschen mal. Was machen wir mit Thanos? Erzähl mir von deiner Familie. Er ist frohes Essen angesagt. Wir sprechen uns später. Ich will mehr von seiner Familie. Was machen wir mit ihm? Okay, wir fragen mal, was er machen würde. Novacore, Kollektor, getrunken into a black hole. Das ist es für euch. Er ist tot. Das ist alles, was ich mich interessiere. Hätte ich mir denken können, dass ihm das eigentlich scheißegal ist. Mir geht es ja auch eigentlich nur, mir ist es auch scheißegal. Ich würde den auch einfach irgendwo reinwerfen, wenn wir halt nicht, ja, diese hohe Rechnung hätte, die ich ja selber verursacht habe. Da wüsste ich jetzt auch gerne, wenn wir jetzt halt nur einen Drink für mich genommen hätten, zum Beispiel, ob wir dann das Problem, oder ein anderes Problem jetzt hätten, dass wir halt diese Leiche verkaufen müssen oder so. Äh, frohes Essen. So, eating your feelings, I see. With Thanos defeated, there is a void inside of me. That only these Rations can fill. Alright, gotta run, Drax. Stay cool. My body temperature is always 125.9 degrees. Dass der immer alles so ernst nehmen muss, ne? Was man sagt. Ähm. Der kann ja lieber trainieren, obwohl, ja. Der ist so durchtrainiert. Ich wollte gerade sagen, da draußen schwebt das immer so in die Richtung, in der ich gerade laufe. Nein, doch nicht. Äh, so ein kleines Raumschiff da draußen. Hm. Können wir hier? Achso, das Betreten, okay. Warte, ich will aber erstmal hier noch ein bisschen gucken. War hier noch irgendwas... Hauptkonsole, ja. Okay. Äh, okay, dann gehen wir jetzt doch, ähm, bevor wir jetzt oben an Deck gehen oder so. Gehen wir dann doch einmal kurz in unser Zimmer rein und gucken uns da mal ein bisschen um. Hm. Wie es da so aussieht. Taschen. Hauptsache Candy, oder? Also, solange die nicht giftig sind, wär mir das egal. Hey, Mom. Ah, ich verletzt das Bild. Könnte das nicht so schnell lesen, was da drüber stand. Okay, sonst nichts... Ich wollte gerade sagen, ey, der steht wahrscheinlich jeden Morgen auf. Und macht genau das. Oh, thanks, thanks. I know, man. Das ist da so verdächtig aus auf dem Boden, das könnten wir das, äh, aufheben. Okay. Rennen können wir nicht, glaube ich. Ne. Oh. Das Geräusch, ey. Äh, das machst du sauber. Halt durch, Kumpel. Boah, wir können einen Kerl haben. Halt durch, Kumpel. Ich glaube, das hieß wie, äh, lass mich einfach in Ruhe. Geh einfach weg und lass mich in Ruhe alleine kotzen. Wahrscheinlich ist es eh schon, äh, super unangenehm. Und dann will man ja auch nicht, äh... Dass noch jemand da an der Tür rumhängt. Ähm, wir gehen auch nicht nach oben. Wir quatschen erst mal noch mit ihm. Erzähl mir vom Kollektor. Du verletzt uns tatsächlich. Du arbeitest immer noch an der Knarre. Hm, okay. Sollen wir jetzt noch was vom Kollektor erzählen? So, was ist das Problem mit diesem Kollektor-Gang? Vielleicht kommt als Überraschung, aber der Kollektor holt Sachen für seine Kollektion. Wenn er nicht in der Unterwelt läuft, das ist. Er betrifft Tipp-Topp-Dollar, das ist viel besser als alles, was die Novocore für uns tun kann. Ja, das, äh, hat mich jetzt sehr viel weitergebracht, aber das, äh, was habe ich auch erwartet von Rocket für eine Antwort. Ähm, ja, warum hast du die eigentlich? Warum hast du die Novocore so viel? Die NC-Jerkwads locken mich in Grudup, zumindest ein paar Mal für Bounty-Hutten, Weapons-Stealing, you know, Innocent-Stuff, like that. Hey, come on, ein Typ hat einen ehrliches Leben gemacht, am I right? Harmlos. Du verlässt uns tatsächlich, ähm, ich warte, wir fragen erstmal nach der Knarre. You still messing with that thing? Nope, dismantling. Gonna use the parts to fix the engine. Really? Yeah, well, I stole parts from the engine to make it, so I'm just putting them back. I said I'm putting them back. Das ist immer so unfassbar, der Rocket, ey. Ähm, okay, du willst tatsächlich gehen. So, you made up your mind. You're really leaving, then. Look, man, two days ago I was getting shot at. Last night I was getting shots. Know what I mean? We're famous. I gotta take advantage. Step one, sell Thanos. Step two, fling money into air. I should get back to it. Oh, and don't be an idiot. Thanos is worth a fortune. Call the collector. Entscheide vom Brückenterminal aus, wem du den Leichen verkaufen möchtest. Ah, ja, jetzt bin ich in Spielen ja immer bemüht, ähm, nach den allgemeinen ethischen... Allgemein ethisch. Ethisch ist allgemein. Ähm, zu agieren. Also ich bin halt immer sehr, ähm, loyal und ehrlich und bla bla bla. Jetzt ist das hier aber halt Guardians of the Galaxy. Jetzt, äh, überlege ich natürlich, ob ich nicht halt den Nova Corps, äh, den Thanos abgebe, wie er dann halt weniger Geld bekommt, wie er aber halt... Äh, den legalen Leuten das überlassen. Wir sollten... I don't know... Catch up. About what, Gamora? How you killed our father? You left us no choice. Stay away from me. Ugh. Ja, das war zu erwarten, dass das natürlich nicht so gut läuft, das Gespräch. Bevor wir, ähm, uns jetzt entscheiden, werden wir natürlich erstmal mit dir sprechen. Hey, Peter. How are you doing? Fine. Staying as far away from rocket as I can. Ugh, I don't want to let him ruin my mood. Last night was actually fun. Ugh. Maybe too much fun. So, something on your mind? Hast du mit Nimil ja gesprochen? Blöde Frage, wir haben es gerade mitgekriegt. Ich habe ein bisschen gelauscht. Ähm. Bist du immer noch sauer, Flocket, bezüglich der Nova-Korps? Ja, wir fragen erstmal nach ihrem Wohlbefehl. Did I hear you talking to Nebula earlier? Ugh. If by talking to you, you mean being yelled at. Ugh. Even though she's pissed. It feels good to have it off my mind. Thanks for the advice. Jo, äh, kein Ding. Wozu hat man schließlich Freunde? Werden so schmalzig. Ich bin furchtbar weise. Hey, what are friends for? Stopping one another from drinking too much. We both failed that mission. Mr. Mano Soa? So. Still mad at Rocket? He needs to watch his little tongue. I... May have been too harsh with him. He just... Ugh, he's so infuriating. Why do you like the Nova-Korps so much? I don't really like to talk about it, but I was an assassin for Thanos. I killed so many people for him that I lost count. Tyrants. Innocents. Didn't matter. If you ever hear the ridiculous nickname, the most dangerous woman in the universe, that was me. But the Nova-Korps, they turned a blind eye to my past after I joined the Guardians. Being with you guys, making the galaxy safer. It's my chance to make up for what I did. I guess I'll talk to you later. Some advice for you. Don't trust the collector. You should call the Nova-Korps. Ja, das ist halt auch die Sache, ne? Nicht, dass er uns nachher übers Ohr haut. Und, ähm... Wir halt zu gierig sind, dem Collector, ähm, die Leiche aushändigen und er uns vielleicht gar kein Geld gibt und uns abzieht, ne? Das kommt halt auch noch hinzu. Weil ich kenn den Typen nicht, ne? Bei den Nova-Korps können wir uns eigentlich sicher sein, dass da alles glatt läuft. Hoch. Ähm... Ich hab jetzt aus Versehen rechtsklick gedrückt. Wusste nicht, dass er dann da direkt rausgeht. Ähm... Benutzt das Anrufe-Milium-Tanus, den Collector oder den Nova-Korps auszähnigen? Was ist das hier? Kodex? Kollector, Milano, Drax... Äh, was... Was ist das jetzt hier alles? Ach so! Thanos, äh, Name... Thanos? Äh, Deckname, der verrückte Titan, Hammer, Planet Titan... Thanos ist zweifellos einer der furchterregendsten Typen, die je gelebt haben. Er ist extrem zäh und ebenso mächtig und er befindet sich auf einem nie enden wollenden Feldzug, um so viel von der Galaxie zu erobern wie möglich. Dabei kommen buchstäblich Milliarden ums Leben. Wirklich kein netter Kerl. Update? Nun, das war er. Bis wir ihn getötet haben. Hurra! Eigentlich gesagt, habe ich immer noch etwas Angst für ihn. Wohl er tot ist. Starlord, Peter Quill. Peter Quill, Deckname Starlord, Heimat, Planet Erde, Held, Outlaw, teuflisch gut aussehender Frauenheld. Ich bin in dieser Galaxie unterwegs, seitdem Yondu mich von der Erde entführt hat. Seine Mannschaft, die Revengers, haben mich adoptiert, bis ich alt genug war, um mich eigenständig zu machen. Und jetzt habe ich meine eigene Mannschaft, die Guardians of the Galaxy. Sie sind fast so toll wie ich. Rocket, Deckname Kynon, Heimatplanet, Halbwelt. Anfangs hielt ich Rocket für einen gierigen, verdorbenen kleinen Bastard. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Aber jetzt weiß ich, dass sich hinter dieser misantropischen Attitüde und der schlechten Hygiene ein unglaublich fleißiger, unglaublich witziger und irgendwie auch ziemlich genialer Kerl versteckt. Er ist der Milano-Flüsterer und ich würde ihm das nie direkt sagen, aber er ist womöglich auch einer der genialsten Strategen der Galaxie. Update. Was zur Hölle? Thanos ist endlich tot und Rocket möchte plötzlich die Guardians verlassen? Einerseits hat er wohl eine Pause verdient, aber andererseits, ich weiß nicht. Novacorp. Die Novacorp sind Weltraumbullen. Sie sind dafür zuständig, den Frieden in der Galaxie zu wahren. So richtig rechtschaffend gute Typen. Sie leisten wohl recht gute Arbeit, bitten die Guardians aber ziemlich oft um Hilfe. Rocket kann sie nicht leiden, Gamora scheint ihnen aber viel Respekt entgegenzubringen. Update. Die Novacorp haben scheinbar mehrfach mit Rocket zu tun gehabt. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Okay, kommt also immer wieder was hinzu, ne? Könnte ich mir vorstellen im Laufe des Spiels, wenn wir halt uns mit den Leuten hier unterhalten. Vielleicht, wenn wir das jetzt gerade gelesen hätten, bevor wir uns mit Rocket unterhalten hätten, hätte das hier vielleicht nicht gestanden mit dem Update, ne? Nebula. Bekannte Zugehörigkeiten unbekannt, Heimatplanet unbekannt. Gamoras Schwester. Gamora spricht nicht oft von Nebula, sie scheint aber eine ähnliche Kindheit gehabt zu haben, sprich voller Mord und Gewalt. Nebula ist ebenso talentiert wie Gamora, aber weit wütender. Update. Gamora scheint ihre Schwester kontaktiert zu haben und Nebula war nicht erfreut. Das werden wir später nicht bereuen. Oder Meredith Quill. Deckname, Mom. Deckname. Heimatplanet Erde. Was soll ich sagen? Sie war eine coole, alleinerziehende Mutter. Zäh wie Leder und mit einem tollen Musikgeschmack. Moms Tod beweist wohl, dass das Universum manchmal richtig scheiße sein kann. Du fällst mir, Mom. Nowhere. Befindet sich im Kopf eines enthaupteten Celestials. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nowhere ist eine Minenkolonie, in der der... Entschuldigung. Nowhere ist eine Minenkolonie, in der einige der zwieligsten Leute der Galaxie leben. So wie wir. Wir haben dort aus offensichtlichen Gründen ein Versteck. Erstens, es ist ein praktischer Ort, um die Milano aufzutanken und die Vorräte wieder aufzufüllen. Zweitens, dieser Ort ist ideal, um militärische Mordwerkzeuge oder mörderischem Alkohol zu finden. Drittens, es befindet sich in einem großen alten Kopf. Was gibt es daran nicht zu mögen? Groot, Deckname keinen, Hammerplanet X. Laut Rocket sind er und Groot seit Jahren Freunde und Kopfgeldjäger. Ich bin mir nicht ganz sicher, von woher er kommt. Groot hat sich immer wieder als wertvolles Mitglied der Guardians erwiesen und ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Update, notiz er mich. Lasst nicht zu, dass er sich betrinkt. Das Badezimmer wird nie mehr dasselbe sein. Gamora, Deckname keinen, Hammerplanet Zenwubiri. Gamora ist die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Sie weist mich auf einen Unsinn hin, sie hält mir den Rücken frei und sie kann ermorden, wen sie will. Ja, so einen besten Freund brauchen wir noch. Sie ist ein Gründungsmitglied der Guardians und es fällt mir schwer, mir das Team ohne sie vorzustellen. Sie erwähnt ihre Vergangenheit nur selten, aber angesichts der Tatsache, dass sie ihre gesamte Zivilisation von einem Machthungen im mörderischen Psychopathen namens Thanos zerstört wurde, der sie adoptiert hat, ist sie weit ausgeglichener, als man es von ihr erwarten würde. Erde. Als ich zum letzten Mal auf der Erde war, hatte ich Michael Jacksons Bad die Charts erhoben. Oh Gott, wie lange ist das her? Seitdem ist es wohl nur abwärts gegangen. Ich habe mir also nicht wirklich die Mühe gemacht, zurückzukehren. Irgendwann vielleicht. Aber die Erse sind mir wirklich mal zu Hause. Drax Familie. Wenn man sich anhört, wie er von ihnen spricht, müssen Hovard und Camaria das Wichtigste in Drax Wales gewesen sein. Er hat sogar seine Klingen nach ihm benannt. Es war Thanos Mord an seiner Familie, der aus Drax den Rachsüchtigen Zerstörer gemacht hat, den wir kennen. Ich muss allerdings zugeben, es fällt mir schwer, mir Drax als Vater vorzustellen. Oder als Ehemann. Drax, Deckname, Zerstörer, Heimatplanet, unbekannt. Drax beschreibt sich selbst, dass eine lebende Waffe, deren Sinn und Zweck darin besteht, sich an Thanos für den Tod seiner Frau und seines Kindes zu rächen. Scheint zu stimmen. Er ist zu den Guardians gestoßen, weil er gehört hatte, dass wir Thanos auch nicht besonders mögen. Der Rest sollte bekannt sein. Sein Umgang mit Humor lässt sich etwas wünschen, übrig aber sein Herz sitzt am rechten Fleck. Ja, den Humor versteht er ja meistens nicht. Update, ich hätte erwartet, dass Drax sich mehr über Thanos' Tod freuen würde, aber etwas scheint ihn wirklich zu beschäftigen. Hoffentlich ist bei ihm alles in Ordnung. Die Melano, ein maßgeschneidertes Eis, ein maßgeschneidertes M-Schiff, das ich von Yondu und den Revengers geerbt habe, also geklaut. Die Melano ist das Zuhause der Guardians im weiten Weltraum. Sie sieht gerade allerdings etwas verbeult aus. Die Kollision mit einem Planeten hat ihr nicht gut getan. So, und das Letzte. Ich möchte natürlich gerade bei so einem Spiel lesen wir uns natürlich alles durch. Ne? Der Kollektor Name Talendia Tivan Der Kollektor Nowhere ist die Heimat von vielen zwielichtigen Gestalten, aber keine ist zwielichtiger als dieser Kerl. Er besitzt ein Museum, das mit allerlei Wertgegenständen handelt. Ich habe keine Ahnung, woher all sein Geld kommt, aber er hat scheinbar mehr Units als der Strand-Sandkörner. Gamora vertraut ihm überhaupt nicht. Rocket gefällt sein Konto aber umso mehr. Oh, wir haben viel zu lesen. Wir haben viel zu lesen. Cosmo verloren Jacke, ursprüngliche Nachricht betrefft verlorene Jacke von Cosmo an uns. Freunde, einer von euch hat nach unserem Power, was? Ach, nach unserem Pokerabend, Powerabend, was soll das denn sein? Einer von euch hat nach unserem Pokerabend in der Bar seine Jacke vergessen. Wenn jemand an Jackenmangel leidet, dann gehört ihm dieses Exemplar möglicherweise. Nova Hauptquartier. Okay, sollen wir uns das jetzt auch noch durchlesen? Können wir ja später noch machen. Ich denke mal schon, dass wir das später noch machen können. Dann lesen wir uns auch noch mal die Nachrichten durch. Jetzt entscheiden wir uns erst mal. Doch, wir machen das jetzt, ne? noch gerade über dich. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Folge machen. Was sollen wir denn? Was sollen wir denn? Ihr könnt mir übrigens auch sagen, falls ihr bis zur dritten Folge jetzt geguckt habt, ob wir das vielleicht auch live spielen sollen. Und zwar ist es möglich, sich einzuklingen können, habe ich gesehen im Hauptmenü. Dann könnt ihr live mitspielen und entscheiden, mitentscheiden. Das können wir natürlich auch machen. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn dann mehrere Leute dabei sind. Halt für die nächste Episode, für die zweite Episode. Also, wenn du bis hierhin geguckt hast, denke ich mal, findest du es nicht ganz so schlimm. Und, ja, dann fände ich es gut, wenn wir zumindest ein paar Leute sind, so zwei, drei, vier oder so. Und dann würde ich das die nächste Episode, die zweite als Livestream machen. wenn sich genug Leute jetzt hier melden, einfach entweder mich per Direktnachricht, wenn du jetzt nicht unbedingt in den Kommentaren schreiben möchtest, geht auch, jederzeit. Oder halt in Kommentare runterschreiben und dann machen wir die zweite Episode. Dann gucken wir, dass wir reisen, nicht Samstag, Samstagsabend, Sonntagsabends, wie auch immer. Eine Episode ist ja nicht so lang, sind ja nur so anderthalb Stunden, und dass wir dann die zweite zusammenspielen und zusammenentscheiden. Fände ich sehr, sehr cool, wenn wir halt zusammen mal was machen würden. Hier entscheide ich jetzt nochmal alleine und ich nehme die Nova. warm. Was? Ich kriege mal nicht so leicht tot, ich hatte halt ein kleines Team. Ich kriege mal ein tot. Ich bin ein schwerer Mann, zu töten. Ich sollte es wissen, Thanos nicht auszudrücken. Ja, speaking of which, ich habe etwas du vielleicht interessiert. Ich habe Thanos liegen hier, wirklich tot, smelling auf den Ort. Jetzt, ich verstehe, dass es ein bisschen von ihm ist. Ist das richtig? Du hast ihn? Ich kann es nicht glauben. Wir werden uns ein paar Officereien zu deinem Ort. Ähm, ihr habt jetzt nicht gesagt, ob wir Kohle dafür kriegen, ne? Können Verbündete gebrauchen, ich tue was Richtiges. Geld ist nicht alles. Weren't you on my side, Quill? I'm Groot. Groot says you did the right thing, yada, yada, yada. I say we totally missed out on a big score. Thank you, Groot. Shut up, Rocket. Fine. You wanna suck up to the Space Cops? Be my guest. Okay, schon mal zwei gegen einen. Ja, und den. Ja, und den. Okay, und Jax war das ja eh egal, was wir damit machen, ne? Ich wollte gerade sagen, der mischt sich jetzt, glaube ich, sowieso gar nicht ein. Ich glaube, das war schon richtig, was wir das gemacht haben. So, jetzt aber, bevor es jetzt gleich wieder losgeht, was sucht der denn, die Fernbedienung oder was? Achso, in der Tasche. Geht's in der nächsten Folge weiter und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann.